In einer Klinik wird es nie langweilig. Was soll das denn bitte werden? Wir üben den Zeitlupenlauf. Damit wirkt alles dramatischer. Ihr seid Ärzte. Ärzte! Baby! Los, schnapp sie dir! Oh Mann, ist der langsam. Es wurde Zeit, meinen Lieblingspatienten zu besuchen, Mr. Gregory Marx. Er brauchte vielleicht eine neue Niere, aber bestimmt kein neues Herz. Ich wollte Ihnen kurz mal dafür danken, dass Sie mich ständig beschimpfen, permanent an meinen Fähigkeiten zweifeln und mein Selbstbewusstsein vollkommen zerstören. Das mache ich gern. Und jetzt verabschiede dich mit einem schönen Zeitlupenwinken. Oh Mann, ich bin der langsamste Baby.